Bei einem Zusammenstoß eines Reisebusses mit einem Auto sind am Mittwochnachmittag bei Offenburg mindestens 14 Menschen verletzt worden. Einer davon schwer. Ein 21-jähriger Autofahrer war auf der B33 auf Höhe von Elgersweyer aus bislang noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten. Darauf prallte er mit einem Reisebus zusammen. Der Autofahrer wurde schwer verletzt und kam in eine Klinik. Die 13 leicht verletzten Buspassagiere und ihre über 30 Mitreisenden konnten nach der Erstversorgung mit einem Ersatzbus ihre Fahrt in den Schwarzwald fortsetzen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017